Das Wetter wird natürlich schlechter und die Frage ist, jetzt stehe ich einfach irgendwo und nimmt mich hier keiner mit oder laufe ich? Ich laufe jetzt einfach und gucke, ob ich irgendwo eine bessere Kreuzung finde, wo vielleicht mehr Autos vorbeikommen, aber ich glaube, es sieht schlecht aus. Ich habe keinen Bock im Dunkeln hier umzutappen, deswegen brauchen wir einfach mal, vielleicht ergibt sich noch was, ich halte einfach mal den Daumen raus.